hallo und herzlich willkommen ich bin euch wieder auf die jahr nach dem ticket und heute ist das spiel war and magic im weg was für zehn minuten spiel müssen also es muss erst mal downloaden bis gleich so jetzt gerade runtergeladen ging ja ganz schnell ok 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 ein bisschen müde gerade aufgestanden ein schaf ein 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 Wow. Das ist bestimmt wieder so ein Spiel mit Stadt aufbauen, wo ich dann jeder Spieler angreifen können. Okay. Level Up! Oh, er springt. 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 So, ich bin dann erst mal fertig und noch mal kurz gucken hier. Geld, Geld, Geld. Nichts gratis. Nichts free. 100 Goldmünzen, 1 Euro. 100 Euro, 10.000 Münzen. Na gut, ich bin dann hier mal fertig. Jetzt holen wir uns mein Ticket ab. Ticket ein, abgeholt. Jetzt schauen wir nochmal für letzte Woche. Haben wir gewonnen oder nicht? Gewinner von letzter Woche. Du hast leider nicht gewonnen. Schade. Na ja. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal. Bis dann viel Spaß und auf wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao.